Musik So, da bin ich wieder zurück zu meinem Let's Play Ho, heißen Siwadon. Ich bin's mit dem Euroboom36 und wir machen hier spannend weiter. In einer Brutschette von The Frozen Vites, also vom DLC. Und da kommen wir her und wir müssen da lang. Das sieht echt interessant aus. Da ist eine Bunkertür. Ob wir da noch runterkommen werden, ich weiß es nicht. Musik Das sieht fast so aus. Okay. Boah, wie hell das jetzt auf einmal hier ist. Es blendet fast. Da kann man sich runterfallen lassen, okay? Und noch eine Konsole. An alle anwesenden Menschen, die Rekonfiguration der Anlage hatte Instabilitäten der primären Geothermaleitung zur Folge. Es ist möglich, diese Schwachstellen zu nutzen, um kompromittierte Elemente dieser Anlage zu zerstören und die Hintergrundstabilisierung größtenteils zu erhalten. Übernahme bevorstehend. Ich habe diese Nahrie-Pool. Ich verstehe nicht, was die Stelle uns sagen wollte. Sie suchte nach einem Weg, ihn dem Mond zu besiegen. Vielleicht mit Erfolg. Beschädigtes G-Mentil. Geografische Druckregulierung unterbrochen. Stelle eine äußerst große Umweltfertigung dar. Okay. Der Schwarm. 28. November. Operation Enduring Victory macht Schlagzeilen. Der Pharaoh-Schwarm rückt an. Anita scheint Firebreak vor ihm verstecken zu wollen. Das heißt, sie glaubt, dass wir verlieren werden. Und der Schwarm Yellowstone erreichen wird. Mein Gott. Wenn das geschieht, sterben so gut wie alle. Alle außer Sion. Ich frage mich, ob Sion so eine Art künstliche Intelligenz ist. Mann, ist mein Inventar schon wieder voll. Ganz offensichtlich. Ja. Kann ich noch was weg tun. Und dann... Maschinenteile. Zum Einschmelzen abgeladen. Wir müssen über diesen Abgrund. Ja. Sieht aus, als müsste ich wohl rüber. Wieder. Kanalüberwucherung. Okay. Ich habe doch hier irgendwo eine Maschine gehört. Ja, unter mir ist einer. Ich kann mich ja abseilen. Okay. Okay. Ich kann es so mit einem Pfeil. Okay. Habe ich schon ausgewählt. Oh, das ist oben. Okay. Gut, dann nach oben. Geometrisch, da ist ein Stabilisationsventil. Geometrisches Druckregulierung innerhalb der Betriebregulanz. Okay. Da ist noch eine Vorratsküste. Vergiss, was ist da drin? Oh, Mann, ey. Inventar. Du bist immer voll. Und ich wundere mich eigentlich jedes Mal wie so. Dass ich hier nochmal 50 zerlegen. Das nervt mich jetzt. So, dann, was haben wir noch, was ich jetzt rausschwitzen kann. Wir nehmen ja Maschinen gern groß aus. Das heißt, eins zerlege ich jetzt hier einfach. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ja, ja, ich höre euch. Wollte ich nicht. Wollte ich mir unterziehen, wenn ich sie nicht anhälte, würde ich sie gar nicht hören. Das ist echt, das ist echt lustig. Starker und we forget. what are you? Ja, ja. ... Sie perfectly awesome! Nee, da komme ich nicht hoch. Okay, alles klar. Die bewegen sich auch seitwärts. Ah, ich muss da rüber. Okay. Ah, ich muss da rüber. Wie jetzt? Warum bin ich jetzt gestorben? Gut, dann drücke ich jetzt erstmal einen Schluck. Die bewegen sich auch seitwärts. Okay. 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 Ach so, sie fängt aber immer noch nicht zu ihnen. Okay, das heißt ich muss wieder zurück. Okay. 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 Ja ne, ist klar, die kann durch Wände durchschießen So Okay So 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 Okay Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, dieses Inventar. Und mein Part ist auch schon wieder voll. So, einmal. Okay. Gut, dann machen wir jetzt hier spannend weiter im nächsten Video. Also bis dahin. Ciao, ciao. 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 Ciao.